In Düsseldorf begrüße ich nun Ernst Walter, Chef der Bundespolizeigewerkschaft. Guten Morgen nach Düsseldorf. Guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Und übrigens an dieser Stelle danke Ihnen und den Kollegen für Ihren Einsatz an Silvester. Da haben ja viele Ihre Kollegen Dienst geschoben. Danke dafür. Die politische Diskussion um diesen Einsatz, vor allem in Köln, hier ist ja an diesem Montag bereits im vollen Gange. Simone Peter, die Chefin der Grünen, lobt den Einsatz. Der Polizei fragt aber gleichzeitig, ob das rechtlich zulässig war in Köln, so viele Nordafrikaner einfach so pauschal zu kontrollieren. Was sagen Sie dazu? Zunächst einmal muss ich sagen, dass die Einsatzkonzepte des zuständigen Kölner Polizeipräsidenten Jürgen Mattis und des für ganz Nordrhein-Westfalen zuständigen Bundespolizeipräsidenten Wolfgang Wurm in vollem Umfang aufgegangen sind. Die tausenden Kolleginnen und Kollegen haben verhindert, dass es zu den gleichen Ausschreitungen kommt wie letztes Jahr. Und man muss ganz klar erkennen, dass es zu solchen Ausschreitungen, zu solcher Anarchie gekommen wäre, wenn wir nicht mit dieser massiven Kräfteauswahl vor Ort gewesen wären. Und das zählt ja nicht nur für Köln, sondern auch für andere Städte in Deutschland, wo es zu diesen Reisebewegungen gekommen ist. Die Frage, die man sich doch stellen muss, ist nicht die, die Frau Peter jetzt als selbsternannte Sprachpolizei hier ins Felde führt, sondern sie muss sich doch auch fragen, wie man es politisch verhindern kann, dass es solche nordafrikanischen Intensivstraftäter überhaupt gibt und dass man sich über solche in der Tat Gedanken machen muss. Diese Leute gehören unserer Meinung nach, nach der Meinung der deutschen Polizeigewerkschaft, abgeschoben, wenn es sich um Intensivstraftäter handelt. Und wenn man sie nicht abschieben kann, dann gehören sie hinter Schloss und Riegel und nicht auf die Straßen der Bundesrepublik Deutschland. Ja, Abschiebung ist die eine Sache. An wen richtet sich denn diese politische Forderung jetzt in dem Fall an den Innenminister von Nordrhein-Westfalen oder an wen? An beide. Ich denke, der Bund muss dafür Sorge tragen, dass entsprechende Passersatzpapiere für solche Ausländer bei den entsprechenden Heimatstaaten beschafft werden können. Das werden die Länder nicht alle alleine schaffen können. Das muss der Bund zentral regeln. Und dann muss es aber auch konsequent in den Ländern umgesetzt werden. Das ist ja unser großes Problem, dass gerade hier auch in Nordrhein-Westfalen keine konsequente Abschiebepolitik vonstatten geht. Hier muss mehr getan werden, damit es erst gar nicht mehr dazu kommt, dass solche Intensivstraftäter, man muss sich mal dieses Wort vor Augen führen, wir lassen es zu, dass Intensivstraftäter zu Hunderten, wenn nicht sogar zu Tausenden sich verabreden, um solche Straftaten dann zu begehen. Und wir müssen das mit über 2000 Polizisten allein in Nordrhein-Westfalen versuchen zu verhindern. Das ist ja eine Situation, die wir nur ganz einzeln, ganz singulär überhaupt auch mal auf die Reihe kriegen können. Wir müssen einfach dafür Sorge tragen, dass so etwas gar nicht mehr existiert. Und da ist die Politik und die Justiz gefragt, um hier einzuschreiten und nicht die Polizei. Die Polizei kann nur reparieren. Damit sind wir schon im Bereich der politischen Forderungen für dieses Jahr. Wir reden gleich weiter, Herr Walter. Wir wollen nun zunächst mal anschauen, was der innenpolitische Experte der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag zum Einsatz von Köln gesagt hat. Ich bin mit so einer Art Polizeiarbeit sehr zufrieden. Und ich möchte wirklich noch mal allen Polizeikräften, sowohl der Kölner Polizei, aber auch der Bundespolizei, ausdrücklich danken. Und ich sage auch dazu, ich habe kein Verständnis für diese pauschale Kritik, insbesondere jetzt von Seiten der Grünen, der grünen Vorsitzenden Peter, die hier der Polizei diskriminierendes Verhalten vorwirft. Es gab doch klare Hinweise, dass insbesondere vor dem Hintergrund der schrecklichen Übergriffe im letzten Jahr, insbesondere nordafrikanische Straftäter hier zugange waren. Und wenn dann im Vorfeld verhindert wurde, dass es zu einer Wiederholung dieser Ausschreitungen kam, indem einige in Gewahrsam genommen wurden, indem Platzverweise ausgesprochen wurde, dann hat dies aus meiner Sicht nichts mit Racial Profiling zu tun und auch nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern das war ein sehr entschiedenes, konsequentes und im Endeffekt erfolgreiches Einschreiten und Vorgehen der Polizei. Das war also Stefan Mayer von der CSU, der innenpolitische Experte, der ihre Position im weitesten Sinne erteilt. Nun diskutiert die CSU in diesen Tagen ja über weitere politischen Forderungen in Sachen Sicherheitsmaßnahmen. Da geht es ja auch immer wieder um die Transitzonen. Abschiebungen haben Sie schon angesprochen. Transitzonen, die die CSU fordert. Wäre das nicht ein probates Mittel an der Grenze, solche Transitzonen einzurichten, um damit im weitesten Sinne ja auch unsere Innenstädte zu schützen? Selbstverständlich. Denn das, was wir als Polizei momentan in den Innenstädten machen, ist ja das, was wir an den Grenzen nicht gemacht haben, was wir hätten machen müssen vorher. Wir brauchen eine Kontrolle an unseren Grenzen, um zu wissen, wer in unser Land hineinkommt. Wir brauchen eine Identifizierung dieses Personenkreises, damit wir auch entsprechend reagieren können. Hier würden Transitzonen wie an unseren internationalen Flughäfen beispielsweise, da sind sie ja existent an den Schengener Außengrenzen, hier würden Transitzonen helfen. Nur geht das natürlich nicht ohne eine entsprechende Sicherung dieser Grenze. Und dazu bräuchten wir noch viel mehr Personal in der Bundespolizei, als wir es ohnehin jetzt bekommen sollen. Das lässt sich auch nicht mit 7.000 zusätzlichen Stellen machen. Und wir sehen ja anhand der Reisebewegungen auch von Terroristen, wie im Falle Amri jetzt, dass auch die Schengener Binnengrenzen zu Frankreich, zu Holland oder auch auf der anderen Seite, Richtung Polen und Tschechien, mehr kontrolliert werden müssten. Ja, Herr Walter, angesichts des Personalaufwandes, der notwendig war an Silvester, da sind ja Tausende von Polizisten im Einsatz gewesen, fragt sich so mancher, ob man diesen Einsatz nicht bester an die Grenzen verlagern sollte und die Grenzen zu sichern. Wie sehen Sie denn diese Position? Ja, die Position ist vollkommen richtig. Nur darüber hinaus darf man natürlich nicht vergessen, dass wir diese ganzen Leute, diese kriminellen Subjekte bereits im Land haben. Und hier bedarf es zunächst einmal einer konsequenten Abschiebepolitik auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass an den Grenzen nicht noch weiter unkontrolliert irgendwelche Leute hier einfließen. Und dazu bedarf es eben halt einer konsequenten grenzpolizeilichen Politik, die auch von der Regierung aus mitgetragen werden muss und auch entsprechend unterstützt werden muss. Wir müssen beides tun. Das eine, nämlich die Abschiebepolitik, ganz konsequent jetzt anwenden und zum anderen die Grenzen wieder besser kontrollieren. Sagt Ernst Walter, der Chef der Bundespolizeigewerkschaft. Vielen Dank dafür und einen schönen Tag noch nach Düsseldorf. Danke sehr, ebenfalls.